Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tomb Raider. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht, aber... Ich bin gespannt. Nehmen wir mal die Pistole. Die Piff-Paff, wie man früher gesagt hat. Forschungslob... Was? War ich hier schon mal? Oder war ich hier noch nicht? Piff-Paff! Habt ihr es gehört? Versehen, habe ich was lendet. Hilfe! Geh an, drück da vor! Hä? Geh an! Also, ich... Hier, Arschloch. So. Ich hab die Feuer nicht gesehen. Hm. Naja, was soll's. Ich will aber da drüben nochmal hoch und die dementsprechend Dinge halt einsammeln. Ja. Ach, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ach so. Da ist... Also ich bin, glaub ich, noch hier im Frachter oder so. Geht's hier weiter? Ich hab einfach mal gedrückt, obwohl nix sankt. Oh, wir sind richtig. Lara. Stürzt ab, oder bleibt stecken. Der Ausstieg schlägt fest. Okay, okay, das ist jetzt ein little, kleines Rätsel. Kommen wir hier... Nein, da kommen wir auch nicht durch. Ich muss irgendwie da durchkommen. Hm. Ja. Wie war das denn nochmal? Irgendwas muss ich hier machen. Ich weiß nicht mehr was. Warte mal. Lass mich mal überlegen. Ähm, irgendwas muss ich hier machen. Das weiß ich. Nee. Ah. So. So geht das. Fragst du Carlos, er weiß das. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit der Wucht nach unten besorbern. Ah. Erstmal jumpen wir hier lang. Schätzchen. So. Bin schon etwas wieder müde. Trinkt dann gleich mal was und... Ja. Reicht doch. Bin schon wieder hier. Wollte mich total veräppeln. Ich muss die anderen Teile lockern. Ich muss die anderen Teile lockern. Und ich muss den dann so hochwerten. Ich muss die anderen Teile lockern. Beide ich bin. Was für andere Teile? Scheiße! Mist, Mist, Mist! Durch die anderen Zahnräder? Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Was muss ich machen? Welche anderen Teile? Ach, komm wieder oben. Das war zwar nicht das Richten. Und so muss ich sie dann lösen. Ja, genau. Das ist... So, jetzt können wir... Das, da können wir jetzt bearbeiten. Zack, Bergung ist gut. Haben wir hier noch was? Ne. So, der nächste Stoß ist weg. So. Jetzt haben wir noch zwei Zahn... Also ich nenne Zahnräder, ne? Ähm. Ich glaube, ich gehe mal weiter runter. Werde ich weiter runtergekommen? Oder weiter hoch? Weiter hoch. Ich möchte erst mal hier alles nicht einsammeln. Hol ich das hoch oder mache ich das weiter? Also, komm. Hol mal den hoch. Und... Schau mal, Waffen nachladen für später. Und dann können wir... Zwei erledigt. Ich muss mir den Weg freischießen. Wo denn? Ach, da. Warum ist denn da hier? Das ist keine... Ach, Sascha. Äh, Carlos. Wie soll ich die Argo aufmachen hier? Wehe. Ich muss mir den Weg freischießen. Ähm. Was, was spinne ich denn? Ja, und... Ach, warte mal. Ach, jetzt komme ich da hoch. Toll. Hier kann ich dann das andere weg machen. Wo sind die hier noch dran? Das ist einmal... Ich muss die anderen Teile lockern. Einmal da. Hier. Nee, hier nicht. Aber ich weiß es jetzt. Ich habe es ja jetzt weggespringt. Und das heißt, ich muss oben das lösen. Da muss ich dann da reinspringen. Und dann irgendwie... Ach gut, dass Lara sich auch von alleine festhält. Das ist so... Tolle Funktion. Die der Herrgott... Erschaffen hat. So. Nee. Das war so ähnlich. Das war ähnlich, nur dass ich etwas... Ja, das war ein Fehler von mir. Charm. Da drüben rein. Ich will nur das Teil nicht sehen. Aach. Komm ich denn rein? Ach. Oh, okay. Oh, okay. Okay, aber das zieht mir noch nicht hundertprozentig weiter. Zwei erledigt. Noch zwei. Zwei erledigt. Ach, scheiße. Ja, gewaltig ist keine Lösung. Mist. Ja, gewaltig ist nicht. Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, gewaltig ist nicht. Ja, gewaltig ist nicht. Alter. Zwei erledigt. Noch zwei. Ja. Ja, ja, ja. Ich hole die mal ganz hoch, dann muss ich wieder runter und dann auf diese Plattform. Plattform, genau. Ja. Es ist egal, aber so kriege ich dann das letzte Rad ab. So, das ist das ab. Genau. Jetzt hole ich den wieder runter. Und... Und... Oder müsste er ja jetzt... Wo ist hier eine Lücke? Da. Die Frage ist... Wie komm ich da hin? Die Lücke ist auf der Seite. Ich wollte dieses Rätsel eigentlich noch gelöst haben. Komm, oi, 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 oi. Da muss ich hin. Komm, oi, 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 oi. Ja. So viel zum Guten, dass ich da hin muss. Ich versuch's noch in meinem nächsten Part. Bis dann sei schon mit Dankeschön vor Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.